Herzlich Willkommen im Bucerius-Kunstforum zu unserer Ausstellung Gabriele Münter – Menschenbilder. Gabriele Münter, 1877 in Berlin geboren, ist eine der großen deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie war nicht nur eine herausragende Expressionistin in ihrer Malerei, sondern auch eine virtuose Zeichnerin, eine Pionierin der Fotografie und eine Meisterin unterschiedlicher Drucktechniken. In allen medialen Gattungen hielt sie die sichtbare Welt in prägnanten Kompositionen fest. Geschult wurde ihr Blick durch die Fotografie, die am Anfang ihres Schaffens stand. Erst im Anschluss daran, im Alter von 24 Jahren, verfolgte Münter zielgerichtet eine künstlerische Ausbildung. Und sie begab sich auf die Suche nach ihren eigenen bildnerischen Ausdrucksmitteln. 1908 wurde zu einem Schlüsseljahr ihrer Entwicklung. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Wassily Kandinsky, Wegbereiter der ungegenständlichen Malerei, entdeckte sie das oberbayerische Dorf Murnau. Dort erlebte sie ihren künstlerischen Durchbruch. Kurze Zeit später wurde sie zum Gründungsmitglied der Neuen Künstlervereinigung München und gehörte dem Kreis des Blauen Reiters an. Von der Kunstkritik erhielt sie dennoch wenig Anerkennung. Diese kam erst in Skandinavien, wohin sie nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ins freiwillige Exil ging. Erst 1920 kehrte sie zurück in die Heimat, in ein ihr fremdgewordenes Land. Es begann eine schwierige Phase, aus der sie erst Ende der 1920er Jahre herausfand. Doch die nächsten Einschnitte folgten bald. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg. Münter lebte zusehends zurückgezogen, litt unter finanzieller Not und Entbehrungen. In der Nachkriegszeit wurde Münter in Deutschland mit zahlreichen Ausstellungen und Ehrungen gewürdigt. Doch war die Sicht auf ihr Werk lange von Klischees verstellt. Diese betrafen einerseits ihre Weiblichkeit, andererseits stand immer wieder ihre Beziehung zu Kandinsky im Vordergrund. Bis heute der wesentlich bekanntere Künstler. So wurde in vielen Betrachtungen von Münters Werk, sei es in Ausstellungen oder Publikationen, insbesondere die Phase ihres Zusammenlebens mit Kandinsky in den Fokus gerückt, in der Münter angeblich von dem großen Meister beeinflusst wurde. Dabei war sie ihm in vielem voraus und suchte stets ihren eigenen künstlerischen Weg. Und während Kandinsky sich immer weiter zur ungegenständlichen Malerei hinbewegte, blieb sie ihrem expressionistischen Stil weitgehend treu. Auch ihr zweiter langjähriger Lebensgefährte Johannes Eichner, mit dem sie ab 1929 liiert war, war nicht immer hilfreich in Bezug auf ihre Wahrnehmung als Künstlerin. Er wollte ihre Malerei in die Ecke von ursprünglicher Volkskunst rücken, entsprungen ihrer, seinem Verständnis nach, irrationalen weiblichen Intuition. Er drängte sie immer wieder, ihre künstlerischen Ausdrucksmittel zu mäßigen, hin zu einem stärkeren Naturalismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde zunehmend Münters Rolle als Bewahrerin des Blauen Reiters in den Mittelpunkt gerückt. In einem Kellerversteck ihres Murnauer Hauses hatte sie zahlreiche Werke Kandinskis und anderer befreundeter Künstlerinnen und Künstler vor der Beschlagnahmung durch die Nationalsozialisten bewahrt. Alle diese Funktionen und Rollen, die ihr zugeschrieben wurden oder in diese sich von außen gedrängt sah, führten zu einer noch bis in die 1990er Jahre von Vorurteilen belasteten Rezeption ihres Werkes. Mit unserer Ausstellung »Gabriele Münter – Menschenbilder« schärfen wir den Blick für die künstlerische Schaffenskraft einer herausragenden Expressionistin. Das Bucerius Kunstforum präsentiert in Kooperation mit der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung in München sowie der Städtischen Galerie im Lehnbachhaus und Kunstbau München diese Ausstellung mit rund 80 Werken der Künstlerin aus den Gattungen Fotografie, Zeichnung, Malerei und Druckgrafik. Erstmals wird dabei nicht die gesamte thematische Vielfalt der Künstlerin vorgestellt, sondern der Fokus auf ihre Menschenbilder gelegt. Die gezeigten Arbeiten stammen aus der Zeit bis 1940. Im Anschluss ging das Interesse der Künstlerin am menschlichen Bildnis erkennbar zurück. Gegliedert ist die Ausstellung in sechs Kapitel. Selbstbildnisse, Porträts, Figurenbildnisse, Menschenbilder in Zeichnungen, Kinderbildnisse und Gruppenporträts. Die Audioführung wurde erstellt von Daria Dittmeier-Hössel unter Mitarbeit von Sonja Kerkloh. Sie basiert auf den Texten des Ausstellungskatalogs, den Sie an der Kasse oder im Museumsshop erwerben können. Die Redaktion und Produktion dieser Audioführung lag in den Händen von Katrin Reiling und den Klangkosmonauten. Als Sprecherin und Sprecher hören Sie Um bei Ihrem Besuch vor Ort den vollen Funktionsumfang der Audiotour nutzen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass auf Ihrem Gerät die Standortfreigabe aktiviert ist. Bitte loggen Sie sich in das WLAN BKF-Gast ein. Im Laufe der Tour werden einige Werke namentlich erwähnt, die für das Verständnis der Ausstellung von Bedeutung sind. Sie finden diese in der Regel als Abbildung in unserer App. Wenn Sie den jeweiligen Tourstopp gewählt haben, brauchen Sie nur mit dem Finger auf dem Display Ihres Gerätes zur Seite zu wischen und die Vergleichsabbildungen erscheinen. Und nun viel Spaß bei Gabriele Münter, Menschenbilder. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern der Moderne befasste sich Gabriele Münter selten mit ihrem eigenen Antlitz. Nur zwölf gemalte Selbstbildnisse sind von ihr überliefert. Viele entstanden Ende der 1900er und Anfang der 1910er Jahre, in einer Zeit, in der sie als Malerin besonders auf der Suche nach ihren eigenen Ausdrucksmitteln war. Es war auch ihre Zeit als Gründungsmitglied der Expressionistischen Neuen Künstlervereinigung München sowie im Kreis des Blauen Reiters. Das letzte Selbstbildnis schuf sie 1952 im Alter von 75 Jahren. Bezeichnend ist, dass Münter, bis auf eine Ausnahme, ihre Selbstbildnisse niemals ausstellte. So waren diese Werke für sie wohl vor allem ein Medium der Selbstreflexion und des stilistischen Austestens. Ich bin laut Geburtsschein geboren am 19. Februar 1877 um 3 Uhr nachmittags in Berlin. Meine frühe Neigung zum Zeichnen kam ganz aus mir selbst und fand in meiner Familie so wenig Förderung wie in der Schule. So schrieb Gabriele Münter 1948 in der Zeitschrift Das Kunstwerk in einem ihrer wenigen Selbstzeugnisse. Vor dem Malen, vor ihren farbgewaltigen Kompositionen kam das Zeichnen. Tatsächlich bildete ihr Zeichentalent die Grundlage ihres künstlerischen Schaffens. Die coole Zeichnung von 1901, die Sie hier sehen, ist das erste ausgearbeitete Selbstbildnis Münters. Im Jahr zuvor war sie von einer ausgedehnten Reise durch Nordamerika zurückgekehrt. Sie zog nach München und nahm ihre künstlerische Ausbildung wieder auf. Zunächst an der Damenakademie des Künstlerinnenvereins. An den staatlichen Akademien waren Frauen zu dieser Zeit noch nicht zugelassen. Das Selbstporträt zeigt sie ernst und nachdenklich. Und sie wirkt deutlich älter als Mitte 20. Münter schaut die Betrachtenden prüfend an. In Wahrheit ist es ihr kritischer Blick auf sich selbst, der während des Entstehungsprozesses zwischen Spiegelbild und Zeichenpapier hin und her wanderte. Gerade für die Künstlerinnen und Künstler der Moderne war das Selbstbildnis eigentlich eine wichtige künstlerische Aufgabe. Das Selbst war nicht nur ein hervorragendes Gratismodell, wie Edvard Munch es einmal formulierte, sondern die Schaffenden waren auch nicht darauf angewiesen, dass das Porträt einem Auftraggeber gefiel. Sie konnten in dieser Gattung vollkommen frei ihren Stil erproben. Für die Künstlerinnen und Künstler rund um den Blauen Reiter und so auch für Münter war das eigene Bildnis, etwa im Gegensatz zu den Mitgliedern der Künstlervereinigung Brücke, jedoch kein zentrales Anliegen. Eine hochkarätige Ausnahme aus dem Kreis des Blauen Reiters bildet Marianne von Verevkin mit ihrem Selbstporträt aus dem Jahr 1910, das sie hier als Vergleichsabbildung sehen. Als ich 14 Jahre alt war, zeichnete ich in der Sommerfrische die Köpfe der Churgäste ab und die Erwachsenen fanden diese Konterfeis so treffend, dass sie sie mir gern entführten. Was Gabriele Münter in der Zeichnung bereits im Jugendalter mühelos gelang, fiel ihr als Erwachsene im Medium der Malerei oft schwer. 1952 resümierte sie, Ich habe mich am Porträt oft versucht, aber ich muss gestehen, dass mir nicht viele Bildnisse wirklich gelungen sind. Mal entsteht ein gutes Bild, aber kein richtiges Porträt. Mal entsteht ein richtiges Porträt, aber kein erwünschtes Bild. Bildnismalen ist die kühnste und schwerste, die geistigste, die äußerste Aufgabe für den Künstler. Münter thematisierte hier das Problem der Porträtmalerei als Auftragskunst, die nicht nur im Sinne der Künstlerin oder des Künstlers, sondern auch aus der Perspektive der Dargestellten gelungen sein muss, was nicht immer im Einklang miteinander steht. In der Zeit bis 1914, welche Münters Beteiligung beim Blauen Reiter einschließt, entstanden nur wenige Individualporträts. Erst später gewannen Bildnisse an Bedeutung, auch motiviert durch finanzielle Not. Das Porträt Kandinsky von 1906 zeigt Münters frühe Könnerschaft im Medium des Hochdrucks. Die Technik des Holzschneidens hatte Münter an der grafischen Schule Neumann-Wolf gelernt. Der erste und einzige Holzschnitt, der dort entstand, ist das Werk »Weiblicher Kopf« von 1902, das als Nummer 5 ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist. Die traditionelle Drucktechnik erfuhr seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Renaissance, nachdem der japanische Farbholzschnitt von den Europäern entdeckt worden war. Von Frankreich ausgehend setzte ein regelrechter Boom ein. Die Technik war aufwendig und schwierig, doch Münter experimentierte unermüdlich. Eindrückliche Werke mit einer ganz eigenen Bildsprache entstanden. 1906 reiste Münter mit Kandinsky, seit 1902 verbannt sie eine Liebesbeziehung, nach Frankreich. Sie ließen sich in Sèvres in der Nähe der Hauptstadt nieder. Doch es gab Unstimmigkeiten, Kandinsky wollte lieber allein sein und Münter zog es in die Kunstmetropole Paris. So mietete sie Ende 1906 ein Atelierzimmer in Montparnasse und besuchte Kandinsky nur an den Wochenenden. Die inspirierende Umgebung und ihre Autonomie steigerten ihre Produktivität. In Paris schuf sie über 20 Schnitte. Damit entstand ein Großteil von Münters druckgrafischem Werk in dieser frühen Schaffenszeit. In Paris experimentierte sie auch erstmals mit Linoleum, einem in England Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten Werkstoff. Sie gehörte damit zu den Pionierinnen des Farblinolschnitts. Linoleum war eine kostengünstige Alternative zu Holz und als solche eher negativ konnotiert. Diesem Urteil schloss Münter sich zwar nicht an, doch bezeichnete sie selbst ihre Linolschnitte als Holzschnitte. Von dem Farblinolschnitt mit Kandinskys Bildnis sind fünf Exemplare mit verschiedenen Farbstellungen bekannt, von denen Sie in der Ausstellung drei nebeneinander sehen können. Der Druck ist ein Schlüsselwerk im Hinblick auf Münters stilistische Entwicklung. Das Brustbild ist scherenschnittartig reduziert. Das Medium kommt ihrer Fähigkeit, prägnante Konturen zu gestalten, entgegen. Die Farbbereiche im Hintergrund könnten eine Landschaft andeuten. Doch im Ergebnis handelt es sich um vollkommen ungegenständliche, klar voneinander abgegrenzte Farbflächen. Die dunklen Konturen erinnern an Bleiglasfenster. Flächigkeit und Konturierung können als Verweis auf Münters künftigen Stil in der Malerei gedeutet werden. Die Verevkina malte ich 1909 vor dem gelben Sockel meines Hauses. Sie war eine pompöse Erscheinung, selbstbewusst, herrisch, reich gekleidet, mit einem Hut wie ein Wagenrad, auf dem allerhand Dinge Platz hatten. So beschreibt Gabriele Münter ihre Künstlerfreundin Marianne von Verevkin später. Das Gemälde markiert einen stilistischen Umbruch in Münters Schaffen, der sich in dieser Zeit vollzog. In den ersten Jahren als Malerin hatte sie in impressionistischer Manier mit dem Spachtel und mit dicken Pastosenfarben gearbeitet. Nun begann sie mit dem Pinsel und flüssigen Farben zu malen. Die Formen sind stark vereinfacht und von schwarzen Konturen umgeben. Die einzelnen Farbflächen werden durch bewegte Pinselstriche energetisch aufgeladen. Durch den offenen, freundlichen Blick und die geradezu sonnige Farbwahl erhält das Porträt eine positive, kraftvolle und lebensbejahende Ausstrahlung. Einzigartig in Münters Oeuvre. Deutlich sichtbar ist der Einfluss des französischen Fauvismus. Diese frühe Bewegung der klassischen Moderne war bestimmt durch den Zusammenklang von Farbflächen, die sich nicht mehr an der tatsächlichen Erscheinung der Dinge in der Natur orientierten. Eine konkrete Inspiration für Münters Darstellung könnte Henri Matisse Femme au Chapeau, Dame mit Hut, aus dem Jahr 1905 gewesen sein, das Sie hier als Vergleichsabbildung sehen können. Münter kannte es aus der Wohnung von Leo Stein in Paris, der das Gemälde bereits in seinem Entstehungsjahr erworben hatte. Insbesondere der ausladende Hut und die Haltung der Dargestellten sprechen für einen Zusammenhang. Entstanden ist das Bildnis Marianne von Verevkin in Murnau. Im Juni 1908 hielt sich Münter mit Kandinsky erstmals in dem idyllisch gelegenen Städtchen am Staffelsee auf. Den zweiten Aufenthalt im selben Jahr verbrachten sie dort mit ihren Münchner Künstlerfreunden Marianne von Verevkin und Alexej von Javlensky. Alle vier gehörten wenige Monate später, im Januar 1909, zu den Begründern der Neuen Künstlervereinigung München, kurz NKVM. Und für alle vier bedeuteten die Aufenthalte im oberbayerischen Voralpenland eine Zeit des künstlerischen Aufbruchs. Im Jahr 1911 schrieb Münter, Ich habe da nach einer kurzen Zeit der Qual einen großen Sprung gemacht. Vom Naturabmalen, mehr oder weniger impressionistisch, zum Fühlen eines Inhalts, zum Abstrahieren, zum Geben eines Extraktes. Während Münter das klassische Porträt, Kopf, Brust oder Ganzfigurenbildnis einer wiedererkennbaren Person, vor allem in den ersten Jahren als Malerin beschäftigte, interessierte sie die Darstellung von Menschen über Jahrzehnte hinweg. Es ging ihr dabei wesentlich um die Beziehung von Figur und umgebendem Raum, gleich ob Landschaft oder Interieur, oder von Figuren zueinander. Diese Bilder vermitteln oft eine ganz eigene Stimmung oder Atmosphäre. In der Zeit um 1910, als Münter in engem Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern der NKVM und der Redaktion des Blauen Reiters stand, ist der Verzicht auf die Wiedererkennbarkeit von Personen als bewusstes künstlerisches Mittel zu verstehen. Münters Arbeit erfüllte damit den Anspruch, dass Kunst idealerweise nicht das individuelle, nationale und zeittypische wiedergeben soll, sondern das objektive und überzeitliche. Am 29. September 1898 bestiegen Gabriele Münter und ihre ältere Schwester Emmy in Rotterdam einen Ozeandampfer. Zwölf Tage später gingen sie in New York an Land. Sie folgten damit einer Einladung ihrer amerikanischen Verwandtschaft mütterlicherseits. Die Mutter Wilhelmine, die im Vorjahr gestorben war, war als Kind mit ihrer Familie von Deutschland nach Amerika ausgewandert und sie war als einziges Familienmitglied in die Heimat zurückgekehrt, um dort mit ihrem Ehemann Karl Friedrich Münter zu leben. In den Staaten hatte sich der Deutsche zum Zahnarzt ausbilden lassen. So besaßen die Münterschwestern ein weitverzweigtes Netz von Verwandten auf der anderen Seite des Atlantiks. Mehr als zwei Jahre sollten die Schwestern in Amerika bleiben. Die Reise führte sie über Missouri und Arkansas nach Texas und wieder zurück. Während ihrer Reise im Laufe des Jahres 1899 bekam Münter von ihrer Schwester eine Kamera, genauer eine Kodak Bulls Eye No. 2, geschenkt. Die zahlreichen Skizzen, die sie unterwegs anfertigte, wurden nun durch fotografische Aufnahmen ergänzt. Bis zu ihrer Rückreise nach Europa entstanden etwa 400 Fotografien. Da sich die Schwestern die meiste Zeit in ländlichen Gegenden aufhielten, sind sie vom einfachen Leben der Farmer auf dem Land geprägt. In den Vereinigten Staaten war, anders als in Europa, das Fotografieren keineswegs eine Männerdomäne. Aus dieser frühen Phase des Mediums sind viele Fotografinnen namentlich bekannt. Auch die Werbung dieser Zeit richtete sich bevorzugt an eine weibliche Käuferklientel. Münter beherrschte die für sie neue Technik innerhalb kürzester Zeit, und zwar mit Perfektion. Ihre Aufnahmen sind frei von optischen Verzerrungen, was sie deutlich von Amateurfotografien dieser Zeit unterscheidet. Sie besaß einen sicheren Blick für gelungene Kompositionen und atmosphärisch stichte Momente. Dies zeigen Aufnahmen wie die von ihrem Vetter Willie in Texas vor einer Holzhütte sitzend und in einem Buch lesend. Münter besaß eine Begabung, die durch den Umgang mit der Kamera, durch den Blick durch die Linse noch gefördert wurde und ihr später bei ihren Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken zugute kam. In diesem kleinformatigen Bild von 1903 rückte Münter die Ganzkörperdarstellung Kandinskis im Profil ins Zentrum. In hellem Jackett und mit weißer Mütze sitzt er auf dem Burgberg in Kalmünz, die Malunterlage auf dem Schoß. Die hügelige Landschaft, die ihn umgibt, ist wie er selbst in hellen Farben gehalten, die dick mit dem Spachtel aufgetragen sind. Münter selbst gab diesem frühen Gemälde durch eine Notiz auf der Rückseite seinen Titel. Kandinsky beim Landschaftsmalen. Die Notiz verrät auch den Entstehungsort. Kalmünz in der Oberpfalz. Dort hielt Münter sich im Sommer 1903 mit Kandinsky und dessen Malklasse der Phalanxschule auf. Münter besuchte seit dem Frühjahr 1902 diese private Kunstschule. Kandinsky hatte sie im Jahr zuvor mit anderen Künstlerkollegen gegründet. Die Kurse an der Damenakademie des Künstlerinnenvereins hatten Münter zusehends gelangweilt. Der Bildhauer Wilhelm Hüsken gab den Ausschlag für ihren Wechsel an die Phalanxschule. Dort unterrichtete Kandinsky sie in seiner Malklasse. Dieser pflegte im Sommer mit seinen Schülerinnen und Schülern aufs Land zu fahren, um im Freien zu malen. In Kalmünz fertigte Münter erstmals Studien in Öl nach Landschaftsmotiven, zu denen auch dieses Bild gehört. Sie arbeitete auf kleinformatigen Malpappen, da sich diese hervorragend für das Malen in der Natur eigneten und keine Staffelei erforderten. Durch den spätimpressionistisch-pastosen Auftrag mit dem Spachtel tritt die Farbe plastisch hervor und wird haptisch spürbar. Zur Entstehungszeit des Gemäldes waren Münter und Kandinsky bereits ein heimliches Paar. Kandinsky war noch verheiratet und blieb es bis 1911. Münters Talent erkannte er schnell. Er soll einmal gesagt haben, Du bist hoffnungslos als Schüler. Man kann dir nichts beibringen. Du kannst nur machen, was in dir gewachsen ist. Du hast alles von Natur. Was ich für dich tun kann, ist dein Talent zu hüten und zu pflegen, dass nichts Falsches dazukommt. Paul Klee und seine Frau Lilly waren Nachbarn von Münter und Kandinsky in der Einmillerstraße in München, wo sie seit 1909 gemeinsam lebten. Die Hauskonzerte, bei denen Klee als leidenschaftlicher Geiger und Lilly als temperamentvolle Pianistin vor dem Schwabinger Bekanntenkreis auftraten, wurden legendär. Über die Entstehung dieses Bildes aus dem Jahr 1913 schrieb Münter rückblickend, Als Klee in meinem großen Nachdenksessel saß und sich mit Kandinsky unterhielt, sah ich plötzlich ihn im Zimmer und das Zimmer mit ihm ganz bildhaft. Ich nahm mein kleines Skizzenbuch, das ich immer zur Hand habe, und machte schnell unbemerkt eine Notiz. Die weiße Hose stand im Mittelpunkt des Bildes und der Mann war in lauter Rechtecken mit dem Sessel und den Bildern der Wand verwachsen. Von seiner Stirn rechts im Bild bis zur Türklinke links schwang ein großer Bogen und bis in Einzelheiten klangen alle Formen wundersam zusammen. Wahrscheinlich habe ich das Bild am nächsten Tag gemalt. Frei und nach eigenem Gesetz ist das Bild entstanden, gestützt auf meine Bleistiftskizze und geschöpft aus der Palette. Nach dem Naturanblick habe ich mich nicht mehr gerichtet. So wurde die grau tapezierte Atelierwand im Bild grün und der ebenfalls graue Sessel nahm ein dunkles Blau an. Sie habe auch gar nicht im Sinn gehabt, ein Porträt von Klee zu malen. Deshalb nannte ich das Bild auch nur Mann im Sessel. Dennoch wurde Klee auf den ersten Blick erkannt, als das Bild mehr als 30 Jahre später in einer Ausstellung in München gezeigt wurde. Obwohl sie im Moment der Skizze gar nicht am Individuum interessiert war, sondern am Zusammenwirken von Figur und Raum fing sie die geprägte Form, in der sich sein Wesen ausspricht, ein und machte die Person so wiedererkennbar. Zu dieser Zeit malte Münter in unterschiedlichen Stilen, abhängig vom Motiv, etwa weich und verschattet in den Stillleben und beinahe formelhaft vereinfacht in großen Kompositionen. Dies führte zu Zweifeln. Aber wie soll ich Form finden? Was ist überhaupt Form? Welche ist richtig, welche falsch? Darf einer, so wie ich, verschieden malen? Späte Anerkennung erhielt sie im Jahr 1950, als das Gemälde mit Klee von den bayerischen Staatsgemäldesammlungen erworben wurde. Es war das Zweite ihrer Werke, das von einem deutschen Museum angekauft wurde. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs beschrieb Münter als harte Zäsur. Der Krieg zerriss 1914 unseren Kreis des Blauen Reiters. Von 1915 bis 1920 lebte ich in Skandinavien, hatte dort für mich allein große künstlerische Erfolge, verlor aber die Fühlung mit dem Kunstleben in Deutschland. Münter lebte seit einigen Monaten im freiwilligen Exil in Stockholm, als Kandinsky im Dezember 1915 aus Moskau auf Besuch kam. Als Russe hatte er Deutschland nach Ausbruch des Krieges verlassen müssen. In Stockholm fertigte er eine Reihe von Kaltnadelradierungen und nach seiner Abreise versuchte auch Münter sich in der für sie neuen Drucktechnik. Sie schuf eine Serie von sieben Radierungen, die sie in kleiner Auflage druckte. Als Entwurf für eine dieser Radierungen entstand 1916 das Aquarell Suchende. Der Titel zeugt von Münters aktuellen Gefühlen. Sie litt unter Kandinskis Abwesenheit und daran, dass er schwer fassbar war. Seinen nächsten Besuch verschob er immer wieder und wurde in seinen Briefen an sie zusehends distanzierter. Bereits 1917 heiratete er in Moskau eine Russin, verschwieg dies aber. Erst 1920 erfuhr Münter davon. In Stockholm hoffte sie immer noch, dass Kandinsky sie heiraten würde. Das Warten auf Kandinsky und die Sehnsucht nach ihm prägten die Zeit in Skandinavien und die Lebensumstände schlugen sich in Bildtiteln wie Suchende, Sinnende oder Krank nieder. Doch künstlerisch war diese zermürbende Zeit eine überaus produktive Phase. Münter knüpfte Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern der skandinavischen Avantgarde und beteiligte sich an zahlreichen Ausstellungen. 1918 hatte sie ihre erste große Einzelausstellung in Kopenhagen, auf der sie unter anderem ihre Kaltnadelradierungen zeigte. Die Suchende unter dem Titel Einsam. Nicht nur thematisch, auch formal brachte die Zeit in Skandinavien Neuerungen. Münters Darstellungen wurden graziler, weniger blockhaft und ihre Farbpalette hältte sich deutlich auf. Ein Beispiel hierfür ist das Porträt Fräulein Gerti Holz in der Ausstellung mit der Nummer 38. In dem Jahrzehnt zwischen 1920 und 1930 hatte ich keine fruchtbare Zeit der Malerei. So schrieb Münter rückblickend 1952. Nach einigen unsteten Jahren ließ sie sich 1925 in Berlin nieder. Hier befand sie sich am Puls der Zeit, besuchte Ausstellungen und knüpfte neue Kontakte. Und sie bekam die aktuellen Entwicklungen in der Kunst hautnah mit. Eine neue Richtung hatte sich in der Malerei durchgesetzt. Ihre Vertreterinnen und Vertreter stellten die moderne Welt dar und rückten das großstädtische Leben in den Fokus. Die Malweise war gestochen scharf, der Pinselstrich unsichtbar, eine persönliche Handschrift wurde möglichst vermieden, die Bildoberfläche war glatt und die Art der Darstellung meist unterkühlt und emotionslos. Die neue Sachlichkeit. Obgleich diese Merkmale nicht so recht zu ihr passen wollten, versuchte Münter sich, in einigen Arbeiten der Malerei der neuen Sachlichkeit anzupassen. Ein Beispiel hierfür ist das Bild Röschen von 1926. Die Frau mit schwarzer Haube und schwarzem Pullover ist im Halbprofil porträtiert. Obgleich durch ihre schräge Positionierung im Bild und die Betonung der diagonalen Dynamik suggeriert wird, bleibt der Eindruck starr und unbewegt. Auch die kleine Katze auf der Schulter der Frau verleiht der Darstellung kaum Lebendigkeit. Die zurückhaltende Farbigkeit und das Motiv erinnern an einen wichtigen Vertreter der neuen Sachlichkeit, Georg Schrimpf. Sehen Sie hierzu eine Vergleichsabbildung. Die 1920er Jahre waren für Münter eine schwierige Zeit. Sie war aus dem freiwilligen, fünf Jahre andauernden Exil in Skandinavien zurückgekehrt, in ein vollkommen verändertes Land. Die Beziehung zu Kandinsky war beendet. Erst jetzt erfuhr sie, dass er in Moskau geheiratet hatte. Münter war enttäuscht und zornig. Als Malerin war sie auf der Suche. Ihre Versuche, an neue Stiltendenzen wie die neue Sachlichkeit anzuknüpfen, zeigen dies. An die Erfolge der 1910er Jahre konnte sie vorerst jedoch nicht anschließen. Nach einem schwierigen Jahrzehnt ging es für Münter Ende der 1920er Jahre privat und künstlerisch wieder bergauf. Am 31. Dezember 1927, auf der Silvesterfeier eines Freundes, begegnete Münter Johannes Eichner, einem neun Jahre jüngeren Kunsthistoriker und Philosophen, der bis zu seinem Tod im Jahr 1958 ihr Lebensgefährte werden sollte. Die Beziehung bahnte sich langsam an. 1929 verbrachte Eichner erstmals einige Wochen bei Münter in Murnau. Im Anschluss an seinen Besuch brach Münter zu ihrer zweiten großen Paris-Reise auf, eine Reise, die ihr wichtige Impulse für ihre weitere Arbeit gab. Sie fand zurück zu einer aufgelockerten Formensprache. Es entstanden Bilder wie das der jungen Dame im Sessel, die ganz vertieft ist in die Tätigkeit des Schreibens. Durch die teils gedeckten Farben und die klar voneinander abgegrenzten Farbflächen nimmt es noch Bezug auf die neusachliche Malerei. Doch die Formen sind bewegt, die Konturen fließend und das Motiv gefühlsbetont, und damit steht es im Gegensatz zur Kühle und Nüchternheit der neuen Sachlichkeit. Der Aufenthalt in Paris gab Münter enormen Aufschwung. Von ihrer Ankunft im Oktober 1929 bis zum Juni 1930 verzeichnete sie 71 neue Gemälde. In einem Brief an Eichner schrieb sie Ich funktioniere wie eine Maschine. Und weiter Ich bin froh, dass ich arbeitsbesessen bin. 1931 kehrte sie nach Deutschland zurück und ließ sich in Monau nieder. Der Kunsthistoriker Friedrich Hablaub, den Münter seit 1923 kannte, gab 1952 einen Band mit 20 Zeichnungen der Künstlerin heraus, die größtenteils in den 1920er Jahren entstanden waren. Zeichnungen, in denen Münter mit wenigen Strichen ausdrucksstarke Menschenbilder schuf. Die Dargestellten verkörpern verschiedene Tätigkeiten, Facetten menschlicher Empfindungen oder des Seins im Allgemeinen, die sich in Bildtiteln wie Kokett, Rauchend oder Pariserin spiegeln. Bei der Darstellung ist alles Überflüssige weggelassen. Binnenlinien, Modellierungen, Akzentuierungen, manche Linien enden abrupt. Dennoch, der Titel des Blattes, die Stilvolle, erscheint treffend. Denn die knappen Linien sitzen. Das Nebeneinander der Zeichnungen macht deutlich, Münter ist stilistisch keineswegs festgelegt. Sie geht immer von der Eigenart der dargestellten Person aus. Wie Hartlaub in der Einführung des 1952 erschienenen Bandes schreibt, Sie findet für jede eine besondere Behandlung. Vom fließenden zum zackigen, vom widerstandslos weichen zum kantig-eckigen, von sprödem Staccato zur kantilene. Münters Zeichnungen sind prägnant, weil sie dem Wesen der Individuen auf den Grund gehen. Sie stellte keine Typen dar. Kinderbildnisse sind ein immer wiederkehrendes Sujet in Münters Oeuvre. Die frühsten sind Skizzen und fotografische Aufnahmen von der Amerika-Reise 1898 bis 1900. Später stellte sie oft ihre Nichten Elfriede Schröter, genannt Friedl, Annemarie Mückchen-Münter und Kädchen Busse dar. Daneben entstanden Auftragsporträts. Auffällig ist, dass die Kinder in der Regel in ihrer eigenen Welt und nicht in der Welt der Erwachsenen gezeigt sind. Immer wieder wurden auch Spielzeuge für Münter zum Motiv. Das gesellschaftliche Bewusstsein für Kinder in Abgrenzung zu Erwachsenen wuchs gegen Ende des 19. Jahrhunderts deutlich an. Die Kindheit wurde als eigene Lebensphase erkannt. Und so rückten auch Kinderbilder zunehmend ins Interesse. Um 1900 waren viele Künstlerinnen und Künstler auf der Suche nach dem Ursprünglichen, Wahrhaftigen. Dies sahen sie nicht nur in der Kunst außereuropäischer Kulturen und der Volkskunst verkörpert, sondern auch in den künstlerischen Produkten von Kindern. Münter und Kandinsky sammelten von Kindern geschaffene Bilder. Beinahe 300 trugen sie ab 1908 zusammen. Ihre Sammlung ist damit unter Künstlerinnen und Künstlern wohl die umfangreichste. Von besonderem Interesse dürfte für Münter der unschuldige Blick des Kindes gewesen sein, der sich in Motiven und Farbgebung der Bilder niederschlägt. Äußere und innere Welt, Gegenstände und Gefühle sind dabei eins. Wie auch der sogenannten primitiven Kunst sprach man den Bildern von Kindern zu, zeitlos und universell verständlich zu sein. Bis heute verbinden viele mit Kinderporträts einen unverstellten und authentischen Ausdruck. Das Kind in Weiß schaut die Betrachtenden selbstbewusst an. Münter hat es in einem klassischen Brustbildausschnitt und im Halbprofil porträtiert. Das schlichte weiße Kleid mit dem kurzen Kragen und der mit unregelmäßigen Pinselstrichen blau gemalte Hintergrund treten optisch zurück. Der Fokus liegt auf dem Gesicht des Kindes. Mit seinen geröteten Wangen, den schmalen roten Lippen und den großen blauen Augen ist es differenzierter gestaltet. Das Kind wirkt ernst, aber interessiert. Münter arbeitete bei diesem Porträt mit einer reduzierten Formensprache und einer Palette aus wenigen, aber kräftigen Farben. Das einzige Detail ist die magentafarbene Schleife im kurzen braunen Haar des Mädchens, die gleichzeitig auch das einzige kindliche Element in diesem Porträt darstellt. Trotz der starren Körperhaltung und der wenigen Details entwickelt das Bildnis eine Lebendigkeit, in dem der aufmerksame Blick des Kindes die Betrachtenden direkt anspricht. 1922 kehrte Kandinsky zurück nach Deutschland, nun mit seiner zweiten Ehefrau Nina. Er war von Walter Gropius als Lehrer ans Weimarer Bauhaus berufen worden. Bereits zuvor hatte er über einen Mittelsmann Kontakt zu Münter aufgenommen, um sein Hab und Gut und seine Gemälde wiederzubekommen, die sie in München für ihn eingelagert hatte. Auf ihre Kosten, versteht sich. In einem Brief an ihren Rechtsanwalt schrieb Münter 1922 Sie verfasste einen 40 Seiten langen Brief an Kandinsky, auf den er endlich reagierte. Er wolle sich nicht aussprechen, sie nicht sehen, sondern sie materiell für den Bruch des Eheversprechens entschädigen. Der Brief war der letzte persönliche Kontakt zwischen den beiden. Ein jahrelanger Rechtsstreit folgte, der 1926 mit einem Vergleich endete. Kandinsky erhielt 26 Kisten mit seiner Habe zurück, darunter zwölf Gemälde. An allen anderen Werken erhielt Münter das bedingungslose Eigentumsrecht. In diesem Jahr hielt sich Münter zum ersten Mal auf Burg Lauenstein unweit der fränkisch-thüringischen Grenze auf. Sie wollte sich in der Sommerfrische erholen. Hier fand sie kurzfristig zu großer Produktivität. Zahlreiche Studien der Burg und gemalte Porträts der Pensionsgäste entstanden. Wollte Münter die Burg von Westen malen, musste sie am Haus des Schieferbrucharbeiters Opel vorbei. So auch am 19. September, als sie seine dreijährige Tochter malte. Sie notierte, Ist der abwesende Ausdruck im Blick des Kindes vielleicht auch einer künstlerischen Unbeholfenheit zuzuschreiben, wirkt das Porträt des Mädchens mit dem leuchtend blauen Kleid und der Marguerite in der Hand doch wie die authentische Darstellung eines in seine eigene Gedankenwelt versunkenen Kindes. Der graubraune Hintergrund der Darstellung ist stark abstrahiert und kontrastiert das eigentlich sinnliche Motiv des Mädchens mit Katzen. Münter erntete bald Anerkennung für ihr Dorfkind mit Katzen. Bereits im Jahr der Fertigstellung 1927 wurde es in der Gruppenausstellung »Die schaffende Frau in der bildenden Kunst« im Berliner Künstlerhaus ausgestellt und in der Zeitschrift »Frau und Gegenwart« als Reproduktion gezeigt. Am Beginn ihrer Gruppenporträts stehen Skizzen und Fotografien, die Münter auf der Reise durch Nordamerika fertigte. Im malerischen Werk entstanden später vor allem spannungsreiche Darstellungen mehrerer Figuren im Interieur, wobei die Individualität der Figuren keine besondere Rolle spielte. Daneben interessierten Münter Mutter-Kind-Darstellungen, symbiotische Bildnisse, in denen die Konturen der Dargestellten zu einer gemeinsamen verschmelzen. Auf der Rückreise von Texas im Mittleren Westen zur Ostküste machten die Münterschwestern erneut Station in St. Louis. In der zweitgrößten Stadt Missouris lebte eine ältere Schwester der Mutter, verheiratet mit einem Bankier, in gut situierten Verhältnissen. St. Louis liegt am Mississippi und Gabriele Münter war fasziniert von dem mächtigen Strom, wovon zahlreiche Aufnahmen zeugen. Auf dem Weg zum Ausflugsdampfer zeigt eindrücklich, wie gut Münter das Medium der Fotografie beherrschte. Nachdem sie die meiste Zeit ihrer Reise auf dem Land zugebracht hatte, reizten sie nun urbane Motive. Durch die eingenommene Perspektive ist das Bild effektvoll in mehrere Ebenen gestaffelt. Ganz hinten die horizontal verlaufende Brücke, davor das Wasser. Im Mittelgrund der Ausflugsdampfer und weitere Boote und im Vordergrund, fast die Hälfte der gesamten Komposition einnehmend, das Steinpflaster mit einigen, die Diagonale markierenden Damen und Kindern in Rückenansicht, die zum Ausflugsdampfer eilen. Das schräg verlaufende rechtwinklige Steinpflaster steht in einem reizvollen Kontrast zu den hellen Rüschenblusen und den schwingenden Röcken. Die Komposition ist zugleich dynamisch und poetisch. Besondere Lebendigkeit verleiht der Szenerie die vorderste Figur, die beherzt ihren Rock vom steinigen Weg hochrafft. Auf die Zeit in St. Louis folgte die Heimreise mit dem Schiff von New York nach Hamburg, dann weiter nach Koblenz, wo die Familie seit 1884 gelebt hatte. Nach einem kurzen Zwischenspiel in Bonn nahm Münter im Frühjahr 1901 ihr Kunststudium an der Damenakademie des Künstlerinnenvereins in München auf. Sie fotografierte weiterhin, jedoch nie wieder mit solcher Intensität wie auf der Amerikareise. Fotografien wurden vereinzelt zu Vorlagen ihrer Kunstwerke. Wertvolle zeitgeschichtliche Dokumente sind zudem die Aufnahmen, die sie im Kreis des Blauen Reiters anfertigte. Dieser Bildentwurf, dem viele Skizzen vorausgegangen waren, wurde zur Vorlage für insgesamt vier großformatige Gemälde. Die Szene geht auf einen Besuch der Künstlerin Erma Bossi bei Münter und Kandinsky in Monau zurück, vermutlich im Sommer oder Herbst 1909. Im Fokus der Zeichnung von 1910 sowie auch aller übrigen Umsetzungen der Szene steht das spannungsreiche Verhältnis der beiden Gesprächspartner am Esstisch innerhalb einer bestimmten räumlichen Konstellation. Kandinsky, im Halbprofil dargestellt, erhebt dozierend die Hand. Die in Rücken an sich zu sehende Erma Bossi beugt sich nach vorn, offenbar um seinen Ausführungen gebannt zu folgen. »Ich und Bossi beim transzendenten Gespräch«, nannte Kandinsky selbst die Szene. Kandinsky's demonstrative Darstellung im gelehrten Habitus steht in einem untergründig humorvollen Gegensatz zu seinen bayerischen Wadenwärmern und den Reformschuhen. Die beiden sitzen in der holzvertäfelten Essecke des Raumes, Kandinsky auf einer Bank, die zur Wandtäfelung gehört. Die Bank ist jedoch auf keiner der Darstellungen erkennbar und Kandinsky scheint geradezu zu schweben. Auf dem Sims über der Vertäfelung sowie an der Wand sieht man Gegenstände und Bilder aus dem Besitz Münters. Vergleicht man die vier aus dem Bildentwurf entstandenen Gemälde miteinander, sehen Sie das jüngste als Vergleichsabbildung, ist eines auffällig. Die Komposition der Darstellung bleibt immer gleich. Es variieren lediglich Details, insbesondere die Objekte oberhalb der Vertäfelung und an der Wand. Und das letzte Gemälde entstand erst im Jahr 1912, etwa zwei Jahre nach den Skizzen und den ersten Gemäldefassungen. Was mag Münter zur erneuten Aufnahme des Themas bewogen haben? Möglicherweise schuf sie das weitere Bild eigens, um es im Frühjahr 1912 zum Salon des Indépendants in Paris einzureichen, wo es dann auch gezeigt wurde. Zeitgleich präsentierte sie die hier ausgestellte Entwurfszeichnung in der Blaue Reiter-Ausstellung Schwarz-Weiß in der Kunsthandlung Golz in München. Es war die zweite Ausstellung des Blauen Reiters nach der Gründung im Jahr 1911. Der Blaue Reiter verstand sich selbst nicht als Künstlervereinigung im engeren Sinne. Ins Leben gerufen wurde die Gruppe als Redaktion eines geplanten Kunstjahrbuchs, das 1912 unter dem Titel »Der Blaue Reiter« erschien. Von Beginn an dabei waren Wassily Kandinsky, Franz Mark und Gabriele Münter. Im Almanach selbst wird sie jedoch weder erwähnt, noch hat sie einen Beitrag verfasst. Die Aufnahme der Entwurfszeichnung in die zweite Ausstellung des Blauen Reiters jedenfalls belegt, welche Bedeutung Münter ihr und den daraus entstandenen Gemälden beimaß. Es ist eines der für Münter typischen Figurenbildnisse, bei denen es ihr nicht um die Wiedererkennbarkeit der Individuen ging, sondern um spannungsvolle Beziehungen zwischen Mensch und Raum. Trotz der Machtübernahme der Nationalsozialisten hatte Johannes Eichner Erfolg mit seinen Bemühungen um eine große Retrospektive seiner Lebensgefährtin. Die Ausstellung »Gabriele Münter – 1908 bis 1933 mit 50 Gemälden« wurde 1933 im damals sogenannten »Paula-Becker-Modersohn-Haus« in Bremen eröffnet und wanderte danach zwei Jahre durch deutsche Museen und Kunstvereine. Münter entwickelte ihren expressiven Stil trotz der zunehmend widrigen Bedingungen weiter und knüpfte dabei an ihre erste intensive Zeit in Murnau an. Anfang der 1930er Jahre entstanden vor allem Landschaftsbilder, teils in expressionistischer Manier, teils fast zur Ungegenständlichkeit abstrahiert. Menschenbilder schuf sie indes nur wenige. Eines der wenigen Beispiele ist das Gemälde »Mutter mit schlafendem Kind« aus dem Jahr 1934. Hier wird eine erneute Auseinandersetzung mit der Hinterglas-Malerei deutlich, die Münter 1908 in Murnau für sich entdeckt hatte. Sie arbeitete nicht nur in dieser Technik, sondern ließ sich, wie in diesem Beispiel, in ihrer Malerei durch sie inspirieren. Das Motiv der Mutter mit dem Kind ist stark herangesumt. Die Farbfelder sind flächig gestaltet und von auffallend starken Konturlinien umgeben. Münter unterstützte den Eindruck von Zugehörigkeit durch die sich aufeinander beziehenden Farbnuancen sowie durch die ähnliche malerische Ausarbeitung der beiden Figuren. Ein ausdrucksstarkes, inniges Bild mit schlichter, reduzierter Bildsprache. Es steht in der Tradition authentischer Mutter-Kind-Darstellungen, wie sie Paula Modersohn-Becker 30 Jahre zuvor geschaffen hatte. Aufschlussreich ist der Vergleich mit der sehr ähnlichen Darstellung, die in der Ausstellung als Nummer 72 zu sehen ist. Hier sind die Konturen dezenter betont, der Eindruck ist weniger expressiv. Diese Fassung dürfte ihrem Weggefährten Eichner mehr zugesagt haben, versuchte er doch kontinuierlich, Münter und ihre Arbeit in eine bestimmte Richtung zu drängen. Sie sollte nicht so wild und ungestüm malen, sondern vornehm realistisch und weniger expressiv. Ihre Anlagen bezeichnete er 1932 in einer Zeitschrift als »Einfach, natürlich, deutsch, fern von jedem Raffinement«. Weiter führte er aus »Sie folgte ihrem schlichten Wesen, verwandt jener Volkskunst, die unbeholfen erscheint und doch Wesentliches ausdrückt. Eichner war es auch, der die von Münter in Erwägung gezogene Immigration in der Zeit des Nationalsozialismus strikt ablehnte. Er bevorzugte die Anbiederung an das Regime. Seit 1933 tilgte er zielstrebig jegliche Hinweise auf eine Verbindung der Künstlerin zum Blauen Reiter. Auf sein Drängen hin beteiligte sich Münter dann auch 1936 an der Wanderausstellung »Die Straßen Adolf Hitlers in der Kunst«, die den Zweck hatte, Hitlers Baumaßnahmen im Reich zu dokumentieren und zu idealisieren. Es entstand eine Reihe uninspirierter, lebloser Gemälde zu diesem Thema. Eine Retrospektive anlässlich Münters 60. Geburtstag im Jahr darauf rief die Empörung des bayerischen Kultus-Staatsministers hervor. In der Presse waren die Stichworte »abstrakte Formsprache« und »blauer Reiter« gefallen. Zur Schließung kam es nicht, da das Ende der Schau bereits unmittelbar bevorstand. Ab 1936 lebten Münter und Eichner dauerhaft in Murnau, anfänglich noch durch einige Reisen unterbrochen. Der Alltag war durch finanzielle Not und Entbehrungen geprägt. Nun entstanden vor allem Stillleben, wie hier in der Vergleichsabbildung zu sehen, und vereinzelt Porträts, die Münter verkaufte oder gegen Waren tauschte. Bei Kriegsende war Münter 68 Jahre alt. Sie wurde nun endlich durch Auszeichnungen und Ausstellungen gewürdigt. Anlässlich ihres 80. Geburtstags im Jahr 1957 schenkte sie der Städtischen Galerie im Lehnbachhaus in München zahlreiche Werke aus dem Kreis des Blauen Reiters, darunter große Teile von Kandinskis Frühwerk. Sie hatte die Kunstschätze während der NS-Zeit im Keller ihres Monauer Hauses versteckt. Auch von den Alliierten waren sie dort nicht entdeckt worden. Am 19. Mai 1962 starb Münter im Alter von 85 Jahren in ihrem Haus in Murnau. Neben Paula Modersohn-Becker und Lotte Laserstein gilt Gabriele Münter als bekannteste Vertreterin des deutschen Expressionismus. Vertreter und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020